Das war der Mann mit dem 3er, ne? Ja. Und der vierte war ganz klar, wie kann ich das machen? Rollstieg, rollstieg. Rollstieg, rollstieg. Rollstieg, rollstieg. Rollstieg, rollstieg. Rollstieg, rollstieg. Das heißt, ich dachte, ist das ein einzig oder fünfzigaliger Schwierigaliger? Ja. Auf jeden Fall ein schönes neues Ding, nur schon in den Händen zu werden, ne? Nein, das ist das. Rödingberg hat keine Fahrt. Das ist die Wettbewerbung von Mario Elm. Applaus für dich, Mario Elm. Und willkommen zum Platz 2, das ist die Zeitlangreise, liebe Freunde. Für zwei Personen auch noch. Ja, kann man seinen Platz mitnehmen, wenn man möchte. Für zwei Langreise, für zwei Personen. Geht an... Michael Walter. So ist die Führung. Einmal. Aber wahrscheinlich schnell, Manuel. Das ist wichtig. Wo hast du den Auto gehoben? Wo hast du den Auto gehoben? Ja. Wo hast du den Auto gehoben? Wo? Was? Ja. Ja.